Hallo zusammen, ich bin Daniel Kotten von der Swissweg und bin heute bei der Stiftung für das Tier im Recht auf Besuch. Hallo Daniel, ich bin Vanessa Geritzel von der Stiftung für das Tier im Recht. Genau, und wir sind heute hier, um zusammen über Fisch zu sprechen. Wir möchten insbesondere über das Thema Heimfisch sprechen, also Heimtierfisch. Wer hat Fisch als Haustier? Ja, das gibt es relativ viel in der Schweiz, dass die Leute zuhause ein Aquarium haben und entweder Süss- oder Salzwasserfisch drin haben. Und das ist auch aus Tierschutzsicht nicht unproblematisch, weil die Fische zum Teil werden gezüchtet. Dort ist auch die Frage, wie passiert das, dann gibt es die Problematik der Qualzucht. Also es gibt Fische, die übergezüchtet sind, so wie das bei den Hunden zum Beispiel auch, oder bei den Katzen. Das Problem ist, das gibt es auch bei den Fischen. Okay. Zum Beispiel die mit den grossen Steilalgen, die total übergezüchtet sind und unter dem auch leiden. Dann gibt es viele Arten, die man nicht züchten kann, die immer wieder wild gefangen werden müssen. Und das ist auch ein riesen Tierschutzproblem. Also dort ist schon der Fang problematisch. Dann ist der ganze Transport, viele überleben das nicht. Die Akklimatisierung nachher im Aquarium, auch im Handel, das geht zuerst auf einen Ort, dann geht es weiter. Die müssen sich immer wieder anpassen. Und man kann sich vorstellen, die Tiere, das sind Tiere, die in einer ganz bestimmten Umgebung leben, im Meer zum Beispiel. Und die kommen dann da in verschiedene Umgebungen und müssen sich immer wieder mit diesen neuen Bedingungen anpassen. Das ist ein riesiger Stress für die Tiere. Und ja, entsprechend viele Todesfälle gibt es auch. Aber es heisst nicht, dass wenn ein Fisch lebig ankommt, dass es dem dann gut geht. Also viele sind auch einfach krank. Oder allenfalls auch, was es mit ihren Psyche macht, das wissen wir auch nicht. Da ist vieles noch unerforscht. Nur weil man es nicht weiss, heisst es nicht, dass alles in Ordnung ist. Genau, also ein riesiges Problem. Dann ist auch bei der Haltung selber, dass die Leute zum Teil keine Ahnung haben, was die Fische brauchen. Da gibt es natürlich gewisse Informationen, die die Händler auch den Kunden sagen müssen. Also es gibt eine Informationspflicht. Aber das sind sehr minimale Angaben, was die Fische brauchen. Welches Futter, welche Dekoration im Aquarium, dass sie sich auch etwas zurückziehen können. Aber so vieles weiss man auch einfach schlicht nicht. Und auch wie die Fische dann zusammengesetzt werden. Meistens sind ja das dann nicht nur eine Art, sondern verschiedene. Und vielleicht in der Natur gar nicht so nahe ich möchte zusammen sein. Unter Umständen, genau. Und ich meine auch Individuen. Das ist nicht mit jedem verträglich. Aber da würde man einfach zusammenwürfeln und die zusammensetzen. Und ja, und schlussendlich ist natürlich auch eine Tötung. Oder auch wenn ein Fisch krank ist, was macht man denn? Es gibt auch grosse Entwicklungen in der Medizin. Es gibt auch Fischdokter, die sich um das kümmern. Aber trotzdem, also viele Leute gehen natürlich mit den Fischen nicht zum Tierarzt. Und dann ist auch die Frage, wie töten sie denn die? Es gibt Leute, die spülen sie ins WC oder in den Kühlschrank. Da gibt es einfach alles Mögliche. Und das Problem ist, es wird nicht kontrolliert. Das passiert in den eigenen vier Wänden. Und ist für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Und selbst in den eigenen vier Wänden hat man wahrscheinlich zum Fischen immer noch ein distanzierteres Verhältnis als zum Hund oder der Katze. Genau, ja. Man hat natürlich vermutlich nicht die Interaktion mit einem Fisch wie mit einem Hund. Es ist aber erstaunlich, wie Fische... Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die sind so in ihrem Aquarium und die sind ja so ein bisschen für sich und die sind ein bisschen dumm. Und irgendwie, so das Bild ist so ein bisschen rum, oder? Aber wenn man die Fische mal beobachtet in so einem Aquarium, die nehmen extrem viel wahr, was um sie rum, ausserhalb des Aquariums, vor sich geht. Also wenn fremde Leute kommen oder so, die sehen das und die merken das und die gehen sich verstecken, wenn sie können. Also es ist enorm, was die für Sinn auch haben, wo wir ihnen nicht zugestimmt und wo vieles einfach unterschätzt wird. Okay. Gibt es auch noch Bestimmungen jetzt in der Schweiz, wie viel Platz sie müssen? Oder ist das ein bisschen do-it-yourself-Regel? Nein, es gibt schon Bestimmungen, ja. Also es gibt Bestimmungen zum Umgang mit ihnen. Und eben auch, das Töten darf eigentlich nicht qualvoll passieren. Da gibt es auch gewisse Vorgaben. Aber in der Heimtierhaltung wird das vermutlich nur von den Leuten umgesetzt, die das auch wirklich wollen. Und viele haben einfach zu wenig Anwohnung. Platzverhältnisse sind auch gewisse Sachen geregelt. Aber wir können natürlich nicht für jede Fischart aufzählen. Und weil der Mensch einfach den Anspruch hat, alles zu haben, da gibt es auch keine Einschränkungen. Und darum wird praktisch jede Art dann auch gehalten. Und da wird ein bisschen improvisiert und abgeleitet von anderen Arten, wie man das machen muss. Es gibt schon für gewisse, aber eine gewisse Grösse gibt es dann Einschränkungen und gibt es dann auch eine Bewilligungspflicht. Also man darf dann nicht zum Beispiel Haien oder so, darf man nicht einfach so selber importieren und in einem Aquarium halten. Da gibt es dann schon auch gewisse Bestimmungen. Aber für viele kleine Fischarten ist es einfach eine Blackbox. Was wäre jetzt Ihrer Meinung nach ein Ziel, das man politisch verfolgen müsste? Ja, also wir sind jetzt schon mal froh, dass das Ozeanium nicht durchgekommen ist. Wir auch. Ja, genau. Weil dort natürlich genau diese Problematik auch bestanden hätte, dass man diese Fische in grossen Massen immer wieder hätte importieren und diesen Belastungen aussetzen und es wäre auch ein falsches Signal gewesen, um eben das so ein wenig legitimieren. Und wir sind der Meinung, dass eigentlich in der Heimtierhaltung so exotische Fische im Prinzip nichts zu suchen haben. Ja. Man kann diesen Tieren schlicht nicht angemessen gerecht werden. Man kann einfach nicht gerecht werden. Also wir hätten eigentlich am liebsten, dass man die Tieren gar nicht mehr importieren würde. Ja. Super. Danke dir vielmals. Das war ein gutes Schlusswort. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei dieser Arbeit. Sehr wichtige Arbeit, die ihr leistet. Wir sind euch sehr dankbar dafür. Wir haben euch noch weitere Links dazu unterhalb dieses Videos. Danke Vanessa für deine Zeit und alles Gute. Danke euch allen. Danke!